Da hatte ich oft einen Anruf bei PVA, Bisonsversicherungsanstalt Wiener Strecht 1020 Zettbezirk, am besten angeboten. Und da fing der eine Typ an, ja, Tomislava, ich würde sie auch einmal sehr gerne, einmal eine neue Frau ausprobieren, das ist ein Lebenstraum. Und das war der andere von der Sachwuterschaftskanzlei, das Geld kontrolliert, Zahlungen, Dr. Rose Marie Ratz. Hey Manuel, wo ist mein Geld? Du zahlst mir nur 80 Euro wochentlich. Wo ist mein Geld? 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 Geld, 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 Geld. Dann in einem A-A-A-A-A-S três! Informations-傳se! Ladyboy, girlboy. Tomislava. Tomislava Barisic!